Seit der Grundsteinlegung im Jahr 2013 für das Binärschloss hat es etwa zehn Jahre gedauert, aber nun ist auch das Eosander-Portal das mächtigste der fünf Portale am Schloss vollendet. Am 25. April 2023 fanden die letzten Arbeiten dort statt. Bevor wir uns das genauer anschauen, noch einige Anmerkungen zur Geschichte der Westseite. Nachdem Andreas Schlüter, der bedeutendste deutsche Barockarchitekt und Bildhauer, von 1699 bis 1706 das Renaissance-Schloss zur Barockresidenz ausgebaut hatte, wurde er unehrenhaft entlassen. Warum? Von König Friedrich I. hatte Schlüter den Auftrag erhalten, zeitgleich einen 120 Meter hohen Glockenturm an der Nordwestseite des Schlosskomplexes zu errichten. Aufgrund einer in 20 Meter Tiefe im Flussschwemmland der Spree liegenden Torflinse neigte sich der Turm, drohte einzustürzen und musste wieder abgetragen werden. Die Kosten für Bau und Abtragung sollen sogar die Baukosten des Schlosses überstiegen haben. Dadurch und durch Intrigen seines Widersachers am Hofe des schwedischen Festungsbaumeisters Johann Friedrich Iosander verlor Schlüter seinen Posten. Sein Nachfolger als Schlossbaumeister wurde besagter Johann Iosander, später genannt Iosander von Goethe. Er verdoppelte das Schloss mit einem Erweiterungsbau nach Westen hin. In Berlin gibt es keine Reste antiker römischer Tempel oder Thermen, bis hierhin sind die Römer nie gekommen. Dennoch konnte man in Berlin ab 1710 Architektur aus der römischen Kaiserzeit betrachten. Das Eosander-Portal ist eine Kopie des Septimius Severus Bogens, einer der größten und prächtigsten Triumphbögen der römischen Antike, errichtet um 200 nach Christi am Forum Romanum. Ein großer Rundbogen in der Mitte bildet den Hauptdurchgang, flankiert von zwei kleineren Durchgängen. Vier Säulen auf Postamenten stehen vor der Front, gekrönt von vier Skulpturen, den Abschluss bildet ein wuchtiger Quader. Die Maße des Portals sind gewaltig. Sie übertreffen die der anderen vier Schlossportale, die auf Andreas Schlüter zurückgehen, und sogar die des römischen Originals. Der Triumphbogen des Septimius Severus ist 21 Meter hoch, das Portal 3 des Berliner Schlosses 31 Meter. Iosander war 1710 nicht der erste, der den Bautypus des Triumphbogens wiederbelebte, aber der erste, der einen römischen Triumphbogen exakt kopierte und in die Front eines Gebäudes integrierte. Eigentlich sollte das Portal noch von einer über 100 Meter hohen Turmkuppel gekrönt werden. Dazu kam es nicht mehr, da der König verstarb und einen fast bankrotten Staat hinterließ. Iosander wurde wegen seiner Verschwendungssucht bei der Ausrichtung des Staatsbegräbnisses für Friedrich I. vom neuen König Friedrich Wilhelm I. davongejagt. Als Mitte des 19. Jahrhunderts auf Wunsch von König Friedrich Wilhelm IV. dann doch noch eine 70 Meter hohe Kuppel errichtet wurde, entfernte man Iosanders barock gewölbten Giebel mit der Wappenkartusche, weil diese Elemente nicht mehr zur klassizistischen Kuppel passten. Wie die schlichtere Variante aussah, zeigt heute die Innenseite des Portals im Foyer. 1897 wurde auf der Westseite an der Schlossfreiheit das vom Bildhauer Reinhold Beggers geschaffene Kaiser Wilhelm Nationaldenkmal enthüllt. Für den Bau der monumentalen Anlage musste eine ganze Häuserzeile weichen, die man hier auf einem Gemälde von Eduard Gärtner noch sehen kann. Auf Anweisung von Kaiser Wilhelm II. erhielt das Iosanderportal 1902 erneut sein barockes Aussehen. Die Wappenkartusche wurde wieder angebracht und durch vier monumentale Bronzetafeln ergänzt, die von dem Bildhauer Otto Lessing angefertigt wurden. Otto Lessing war ein deutscher Bildhauer des Historismus, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Erscheinungsbild Berlins prägte. Er war Sohn des Historienmalers Karl Friedrich Lessing und Urgroßneffe des Dichters Gotthold Ephraim Lessing. Diese letzte Gestaltung des Portals ist nun wieder hergestellt worden. Im Dezember 2020 wurden die sechs Skulpturen an ihren Platz gehievt. Zu sehen sind unten von links nach rechts die allegorischen Skulpturen Stärke, Mäßigung, Gerechtigkeit und Weisheit. Und über ihnen links Moses und rechts Elias. Im Juli 2022 folgten die bronzenen Reliefplatten. Die Montage der jeweils vier Meter fünfzehn Breiten und zwei Meter vierzig hohen Tafeln mit einem Gewicht von je über einer Tonne dauerte zwei Tage. Auf der linken Tafel ist die Grundsteinlegung des Schlosses im Juli 1443 mit Kurfürst Friedrich II. von Brandenburg dargestellt. Die rechte Tafel zeigt die Vorführung des Schlossmodells durch Schlüter im Jahr 1699. Der Architekt Andrea Schlüter präsentiert also Friedrich I. von Preußen das Modell vom neuen Schloss. Im Hintergrund ist Königin Sophie Charlotte zu sehen. Baumeister Johann Friedrich Osander erläutert ihr die Pläne zur Schlosserweiterung. Beide Tafeln wurden in der Werkstatt der Firma TNAG Skulpturengießerei in Berlin-Schöneweide nach historischem Vorbild gefertigt. Ein Team von bis zu zehn Kunstbildhauern und Bildhauerinnen haben daran mitgewirkt. Beide Reliefs werden durch je eine dazugehörige Tafel mit einer Inschrift ergänzt, die den damaligen Herrschaftsanspruch und die Weltanschauung der Herrscher wiedergab, die auf den jeweiligen Platten dargestellt sind. Gefertigt wurden sie in der Kunstgießerei Lauchhammer in Brandenburg. Den Schlusspunkt des Portalschmucks bildete dann im April 2023 die große Wappenkartusche. Eine Kartusche ist in der Ornamentik ein Zierrahmen, hier mit flatternden Greifen an den Seiten und geneteten und gelöteten Palmwedeln. In der Mitte prangt das alte preußische Wappen inklusive Zepter und Reichsapfel, darunter die Ordenskette mit schwarzen Adlern. An der Spitze eine etwa zwei Meter hohe Krone, die mit 300 Gramm Blattgold überzogen ist. An der Herstellung der Kartusche hatte die Firma Fitkau aus Weißensee zwei Jahre lang gearbeitet. Bis zu zwölf Metallgestalter haben 30.000 Arbeitsstunden investiert. Zunächst baute man ein Tragwerk aus Edelstahl als inneres Korsett, gefolgt von Kupferarbeiten aus einem Millimeter dünnen Blech. Am Ende wurde das Kupfer gegen Grünspan schwarz patiniert, mit Wachs überzogen und poliert. In Einzelteilen wurde die Kartusche am frühen Morgen des 3. April zum Schloss gefahren, dort zusammengesetzt, in einer Spezialkonstruktion, die man hier sehen kann, um 13 Uhr senkrecht aufgestellt und um 15 Uhr per Kran nach oben gehievt und an sechs Halterungen aufgehängt. Drei Wassertanks mit je 1000 Litern hielten sie dabei im Gleichgewicht. Erst gegen 21 Uhr wurde noch die vergoldete Krone auf die Kartusche aufgesetzt. Allerletzte Arbeiten folgten zwei Wochen später, am 25. April. Der Ordenstern wurde unten eingehangen. Er ist das einzige Originalfragment der 1950 demontierten und eingeschmolzenen Kartusche, das im Museumsdepot überdauert hatte. Zusammengesetzt hat die Kartusche eine Größe von etwa 8 x 8 Metern, eine Tiefe von 2,5 Metern und wiegt über 5 Tonnen. Kostenpunkt 2 Millionen Euro aus Spenden finanziert. Das EOSander-Portal ist nun also vollendet. Wenn man die Aufnahmen von vor einem Jahr und heute vergleicht, ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen. Wer mehr Fotos von den ganzen Arbeiten sehen möchte, findet sie auf den Webseiten des Fördervereins Berliner Schloss, die ich in der Beschreibung verlinke. Einige werden sicherlich fragen, wann die 26 Balustradenfiguren über den Portalen und der Kuppel kommen. Dazu werden noch Spendengelder gesammelt. Es fehlt wohl noch etwa eine Million von 13 Millionen Euro. Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen zu meinem Video und jegliche Unterstützung meines Kanals, um mehr Videos erstellen zu können. Bis dahin alles Gute und Ciao!